Die 6 besten Bose Portable Smart Speaker, deine Musik immer und überall dabei. Ich habe den Bose SoundLink Flex Bluetooth Lautsprecher getestet und war begeistert von der Qualität und den Möglichkeiten, die er bietet. Das Gerät ist klein, aber kraftvoll und sorgt für einen klaren, satten Sound. Besonders beeindruckt hat mich die wasserdichte Funktion, die den Lautsprecher zum perfekten Begleiter für jede Outdoor-Aktivität macht. Die Bluetooth-Verbindung funktioniert einwandfrei und das Design ist schlicht und elegant. Die Batterielaufzeit ist ebenfalls sehr gut und ermöglicht stundenlangen Musikgenuss. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann, der auf der Suche nach einem hochwertigen, tragbaren Lautsprecher ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bose SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher 2-Special Edition in schwarz. Die Klangqualität ist unglaublich gut und ich bin erstaunt, wie viel Lautstärke aus so einem kleinen Lautsprecher kommt. Die Verbindung mit meinem Smartphone via Bluetooth hat ohne Probleme und schnell geklappt. Der Akku hält sehr lange und das Ladesystem ist einfach und bequem. Das Design des Lautsprechers ist sehr modern und stilvoll und er passt perfekt in mein Zuhause. Ich empfehle diesen tragbaren Lautsprecher jedem, der von gutem Klang begeistert ist und eine einfache Verbindung von Geräten wünscht. Der Preis mag etwas höher sein als bei anderen Marken, aber die Qualität und Leistung machen den Unterschied aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bose SoundLink Revolve plus Bluetooth Lautsprecher der Serie 2. Der tragbare und wasserabweisende Lautsprecher hat eine lange Akkulaufzeit und ist einfach zu bedienen. Durch die Bluetooth-Verbindung kann ich meine Musik von meinem Smartphone oder Tablet streamen und die Klangqualität ist ausgezeichnet. Der silberne Look ist modern und passend für jeden Anlass. Ich kann diesen Lautsprecher für jedermann empfehlen, der eine hochwertige Soundqualität sucht und unterwegs nicht auf Musik verzichten möchte. Ein sehr gutes Produkt. Ich liebe meine neue Bose Smart Soundbar 900. Die Atmos Soundqualität ist auf einem anderen Level und die Alexa-Sprachsteuerung macht die Bedienung super einfach. Ich kann problemlos zwischen Musik, Filmen und TV wechseln und das alles mit nur meiner Stimme. Die Einrichtung war auch ein Kinderspiel und ich war in wenigen Minuten bereit zum Loslegen. Ich bin so glücklich mit diesem Kauf und kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem großartigen Sounderlebnis ist. Ich habe die Bose Surround Speaker 700 in schwarz gekauft und ich bin absolut begeistert davon. Die Klangqualität ist wirklich unglaublich, voll und klar und es macht wirklich Spaß, Musik und Filme damit zu hören. Sie passen perfekt zu meinem Bose Soundbar 700, da die Installation war einfach und das Design ist modern und schlank. Ich kann diese Lautsprecher jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Klang sucht. Der Preis mag zwar etwas hoch sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu investieren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bose Portable Smart Speaker. Die integrierte Alexa Sprachsteuerung ist sehr praktisch und einfach zu bedienen. Der Klang des Lautsprechers ist ebenfalls hervorragend und ich kann ihn problemlos über Bluetooth mit meinem Smartphone oder Tablet verbinden. Das Design in schwarz sieht zudem sehr schick und modern aus. Ich kann den Bose Portable Smart Speaker jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem tragbaren Lautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachsteuerung ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.